Das ist die richtige Art, die Bandagen zu binden für Boxen oder Muay Thai oder MMA, damit man richtig hart zuschlagen kann. Wir nehmen unsere schönen 5-Meter-Bandagen und nehmen die Schlaufe an den Daumen und dann unbedingt nach außen. Das ist das Wichtigste, weil nur dann wird die Bandage enger, wenn du die Faust schliesst. Primärfehler ist, manche gehen nach innen und wenn ich jetzt die Faust schliesse, wird es ja locker. Okay, also nach außen. Gut, ich mache es satt, aber nicht allzu eng. Vielleicht ein, zwei, dreimal im Bereich des Handgelenkes und dann nach innen beim Daumen, so, und wieder nach außen, hier. Vielleicht auch ungefähr dreimal, schön so, Handfläche, außen, Handfläche, zack. Jetzt mache ich vielleicht, wenn ich sehr hart schlagen möchte, mache ich hier nochmal. Ein, zwei, gerade über die Knöchel, gut. Und jetzt gehe ich nach innen, Daumen und zwischen Zeigefinger durch. Schön. Nach außen legen, unten beim Handgelenk und unten durch. Zwischen Mittel- und Ringfinger durch. Zack. Nach außen. Gut. Eng, aber nicht allzu hart. Ringfinger. Nach außen. Gut. Den kleinen Finger holen wir statt von innen, von außen. Gehen hier rein. Gut. Wir können jetzt noch den Daumen holen. Und dann fahren wir hier wieder über das Handgelenk. Sollte jetzt genau aufgehen. Jetzt ist es schön eng eingebunden. Und wenn ich die Faust schliesse, wird es richtig satt. Drückt die Handknochen zusammen. Und das gibt mir eine richtig stabile Faust, mit der ich ultra hart zuschlagen kann. Und das...